Aus dem, glaub ich, ist das nicht von deinem Stimme bestimmt? Nein. Der Rest sind zwei bei euch. Paul! Paul! Ja, wir haben uns eine halbe Stunde. Einer heißt doch Paul! Cool. Paul! Paul, wo bist du? Paul! Komm her! Können wir's essen? Komm her! Na. Ein Fizz? Okay, doch. Kein Fisch, aber. Die Sonne ist mal ein bisschen bewegen. Das ist zu warm für dich. Die sind wie ich. Die hab ich schon geföhnt. Aber ich kann noch mal drauf kommen. Yay. Danke.